Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 5 Lazarus. So, ich bin schon mal mit den hellen Etagen höher gelaufen. Und ja, hier gibt es Bücher. Hier gibt es Bücher. Wir schauen mal. Oh Gott. Okay, Mitgefühl, Gerechtigkeit. Ehrlichkeit hatten wir schon. Tapferkeit. Äh, okay. Bescheidenheit. Das sind diese ganzen Propaganda-Geschichten von Lord Blackthorn. Ehre. Spiritualität. Da hatten wir ja die Ehrlichkeit gelesen. Und das war ja Propaganda pur. Über Sandelholz. Über Kakao. Britannisches Liedgut besitzen wir Kunst und Arbeit des Schmiedens. Also wir werden das jetzt nicht alles lesen. Weil dann werde ich ja heißer bei. Über Zuckerrohr. Brötchenkunst. Kunst des Krieges. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass wir das alles einpacken. Britannische Kunst. Band 1, 2 und 3 und 4. Kann man die Bücher auch wieder zurücklegen? Ja, kann man. Also, das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Wir schauen mal, ob wir noch irgendwelche Titel finden, die für unsere Quest sinnvoll sein könnten. Aber ich gehe mal davon aus, dass es die Waffen... Britannias, dass es die wirklich wichtigen Dinge unten gab. Grundlagen der Heilkünste. Andreas, Anleitung zur Säuglingspflege. Ähm, nein. Schach für Anfänger. Angewandte Mathematik für Seeleute. Das haben wir schon gelesen. Die Flamme der Wahrheit hatten wir auch gelesen. Anthropologie Britannias. Das könnte vielleicht noch was sein. Zeitalter des Avatars. Nachtschatten. Schild. Schild hatten wir. Sagen umwurmene Stadt Kray. Das klingt noch spannend. Knoblauch, Alraune, Vögel, Blutmoos. Erste Zeitalter der Finsternis. Das Amel von Olivia und einem Irrisch namens Willow. Die Lichter spielen Ultima auch immer eine Rolle. Anleitungen zum Ale und Bierbrauen. Brauchen wir jetzt eher weniger. Angebräuchlichsten Rüstungen Britannias zweiter Band, dritter Band und erster Band. Da die Rüstungsklassen an den Rüstungen dran stehen, beziehungsweise die Verteidigungswerte, ähm, brauchen wir das nicht. So, Überehrlichkeit. Wie hoch die Sterne stehen, das kennen wir. Pferde. Ein Lexikon, das haben wir schon. Ritter des Mut, das packen wir mal noch ein. Watsar strömende Abenteuer, die haben wir schon. So, dann hätten wir da noch über die Ehrlichkeit, was da rumliegt. Äh, nochmal Überehrlichkeit. Prozess der Wiederbelebung, das hatten wir auch gelesen. Das war aber das mit den Zombies. Und nicht, äh, Wiederbelebung, so wie wir, wie wir das halt dann haben möchten. Gut, hat das Mut, das haben wir gerade eingepackt. Gut, wie hoch die Sterne stehen, haben wir. Pferde. So, gibt's hier irgendwo noch Gesprächspartner? Es muss ja hier auch sowas wie ein Gasthaus geben. Mehl, Leib, Käse. Ah, da schläft noch jemand, den wir noch nicht gesprochen haben. Was sagten die Uhren? Die Uhr sagt halb sechs, nee, doch, äh, halb sieben gleich. Äh, morgens dann, ne? Die ganze Nacht durchgelesen, wir leser hatten. So, aber wir wollen noch zu dieser Flamme, ähm, Fremder. Noch zwei Personen, mit denen wir noch nicht gesprochen haben. Wer schläft hier? Ah, das sind dort Shalynet und Lady Janelle, mit denen haben wir gesprochen. Was habt ihr in eurem Schränkchen? Nichts, was wir haben möchten. Das Verschmelzen von Leben. Nimm das mal bitte. Kommt dahin. So, im Eingangsbereich waren wir... Da ist ein Hebel... Fremder? Wo gehst denn du hin? Ich dachte, eigentlich wäre jetzt Nacht. Sollen wir den Hebel ziehen? Moment mal, siehst du, in der Mitte soll doch diese Flamme sein. Geht's hier irgendwie nochmal hoch? Wir ziehen mal den Hebel. Oh, okay, Frage beantwortet. Okay, Flamme der Wahrheit. Hier sollen wir nachts um zwölf sein. Nachts um zwölf. Okay, nachts um zwölf. Äh, ich hab gesagt, wir haben jetzt, ähm, halb acht abends gleich. Oder halb sieben? Halb acht. Dann können wir jetzt noch ein bisschen lesen. Und sobald hier dann, ähm, der gute Lord auftaucht, können wir hier mal schauen. Wir sollen ja nachts um zwölf Uhr mit ihm an der Flamme der Wahrheit reden. Dann könnte er, oder da könnte die Flamme uns eventuell, ähm, den wahren Namen von dem Schattenfürst der... Feigheit, glaube ich, sagen. Wir werden es erfahren. So, so lange schauen wir nochmal in unsere Bücher rein. Schmelzen von Leben, Ritter des Mutes, Olivia und die Irrlichter, Sagenwurm der Stadt Cray. Fangen wir mit der Anthropologie Britannias an. Eine wissenschaftliche Studie des Schreibers Phil Neuss-Whitehaven. Es hat Entdeckungen gegeben, gewaltige Entdeckungen und die Beweise, dass einstmals andere Rassen das antike Susaria bevölkerten. Ich habe mit eigenen Augen Knochen von Geschöpfen gesehen, die nicht so sind wie unsere. Sie stammen von viel kleineren Wesen. Ich habe auch Knochen von Geschöpfen gesammelt, die weder uns ähnlich noch irgendwelchen anderen Lebewesen im heutigen Britannia. Die erste Rasse war ein Volk unterirdischer Wesen. Klein im Wuchs, doch gewiss sehr breit und kräftig im Vergleich zu erwachsenen Menschen. Ich habe mit Abenteurern und Bergleuten gesprochen, die in die Tiefen der Erde eingedrungen sind und die Überreste dieser außergewöhnlichen Geschöpfe gesehen haben. Wahrscheinlich mussten diese Männer schwören, nicht davon zu sprechen, denn es kostet mich viele Krüge, ihre Zungen zu lockern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Skelettreste nicht bloß von einem verkümmerten Menschen stammen, denn die Knochen schienen voll entwickelt zu sein und waren angesichts ihres hohen Alters erstaunlich stark. Eine andere Rasse, deren Überreste ich entdeckte, war kleiner und geprächtlicher als die zuvor erwähnte. Die Vertreter dieses Volkes können nicht größer als menschliche Kinder gewesen sein, aber ich bin mir sicher, dass die Skelette nicht von Kindern stammen. Welch schreckliche Entdeckung wäre das gewesen? Nein, diese Knochen schienen so weit entwickelt zu sein wie ein menschliches Skelett nur in einem viel kleineren Ausmaß. Auch waren die Füße größer als sie eines menschlichen Kindes unverhältnismäßig größer als der Rest des Körpers. Die letzte Rasse ist eine, die nur in antiken Schriften und Legenden auftaucht. Es heißt, es habe sich dabei um kleine menschenähnliche Geschöpfe gehandelt, die wie Biber in einem pelzigen Fell bedeckt waren. Andere Legenden behaupten auch, dass sie von Natur aus außergewöhnlich magische Fähigkeiten hatten. Viele Mitglieder der modernen wissenschaftlichen Gemeinschaft tun meine Theorien ab oder behaupten gar, ich sei verrückt. Ich habe aber die Beweise dafür gesehen, dass wir einst Seite an Seite mit anderen Rassen lebten. Da muss ich jetzt spontan an die Kwanis aus Ultima 7 Teil 2 denken. Aber die waren, glaube ich, so groß wie Menschen. Das war die sagen und wobene Stadt Kray. Unter den geschichtlichen Aufzeichnungen über die antike Stadt Kray finden sich auch Erzählungen, wonach sie einst fortschrittlicher gewesen sah als unsere gesamte moderne Welt. Die heutigen Gelehrten stimmen großteil darin beein, dass die Existenz solcher Technologie in vorbritannischer Zeit höchst unwahrscheinlich ist, wenn nicht sogar das Produkt übertriebener Fantasie. Kray wird in ihren Büchern als ganz gewöhnliche Siedlung der damaligen Zeit beschrieben. Es habe sich dort eine Schmiede befunden, ein Krämerladen, eine Schenke, ja und einige Aufzeichnungen zufolge, sogar eine Diebesgilde. Wie also konnte ein derart abgelegener Ort der Quell solch aufregender Legenden werden? Viele meiner Kollegen glauben, dass diese Geschichten einfach dem furchtbaren Ende der Stadt entsprangen, als sie bis auf den letzten Stein von der See verschlungen wurde. Sie behaupten, dass sich daher im Laufe der Jahrhunderte vor allem vermutlich unter Seeleuten ein gewisser Mystizismus über das gebildet hätte, was von der Stadt vielleicht noch unter den Wellen übrig geblieben ist. Andere wiederum vermuten, dass diese Legenden bloß Lügengebilde waren, die die Diebesgilde gesponnen hatte, um mutlose Fremde von ihren versunkenen Beute fernzuhalten. Ich hingegen bin geneigt zu glauben, dass sich in all den Legenden, die sich um Kray ranken, ein Körnchen Wahrheit befindet, wenn auch ein Verschwindend winziges. Gegensatz zu anderen Mythen über die vorbritannische Zeit gibt es in den geschichtlichen Quellen über Kray viel weniger Widersprüche. Das führt uns aber zu einer ganz anderen Frage. Wenn Kray einst wirklich eine Technologie besaß, die all unseren modernen Errungenschaften übertraf, wieso verschwanden dann all diese Wunder später wieder? Ich habe den Verdacht, dass die Schöpfer dieser Dinge, sofern sie denn wirklich existieren, keine Ureinwohner Sosarias waren. Ob sie bloß weiterreisten oder sie ein dunkleres Schicksal eilten, werdet ihr vielleicht nie erfahren. Sollten wir doch irgendwann tatsächlich Überreste aus dieser sagenumwogenen Zeit finden, so könnte sich unsere gesamte Gesellschaft, wie wir sie kennen, verändern. Ganz gleich, wie weit hergeholt uns diese Legenden auch erscheinen mögen, so können die unser Streben nach Fortschritt eines Tages uns dennoch die einstige Glorie Grace übertreffen lassen. Also ganz ehrlich, ich habe da jetzt zuerst mal daran gedacht, dass es erstens in Ultima 7 zumindest ein Easter Egg gibt, das sich verpasst hat. Also in Teil 1 gibt es ein Easter Egg, so ein Raumschiff, das da steht. Und Ultima 7 Teil 2 geht es ja auch um Automaten. Klingt ja erst mal seltsam, fand ich aber letzten Endes ganz cool, dass das vielleicht eine Anspielung darauf ist. Könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mich gerne eines Besseren belehren. So, jetzt ist es fast 12 Uhr. Also, wir möchten mit dir über die Festung der Wahrheit reden. Er deutet mit der Hand auf den Raum und seine Augen glänzen. Dies ist das Lyceum, die Festung der Wahrheit. Eine Stätte des Lernens für die Magier Britannias und das Dach über der größten Bücherei des Landes. Aber wie kommen wir jetzt wieder zu der Option, dass wir die Flamme fragen können? Bücherei? Wir haben die größte Sammlung an Büchern und Schriftrollen in Britannia. Seit wir da waren, ist sie ein bisschen kleiner geworden. Und Wahrheit? Wahrheit ist eins der drei Prinzipien, die sich den Schattenfürsten widersetzen. Genau wie Liebe und Mut ist Wahrheit eine ewig brennende Flamme, die die Finsternis im Zaum hält. So, aber du wolltest uns den wahren Namen von so einem Schattenfürsten sagen. In seinem antiken Gesicht machen sich Sorgenfalten breit. Sie sind ein Triumvirat des Bösen. Scheußliche Gespenster, die über unser Land hergefallen und die Seelen der Unbedarften verdarben. Gespenster? Ihr grinst ein bisschen. Ich bin froh, dass ihr genauso denkt. Ihr sieht sich um und fügt hinzu. Zum Glück sind wir hier im Lyceum sicher vor ihnen. Bist du dir da sicher? Er nickt und sein Lächeln wird grimmiger. Ihr solltet mit Lord Shalinet darüber sprechen. Ihr besitzt mehr Wissen über das Thema als ich. Hä? Hä? Sollten wir uns nicht mit Lord... Wer bist denn du? Ich bin Sir Sean. Er lächelt milde. Und ihr müsst mich nicht so nennen. Sean ist schon in Ordnung. Achso, ich dachte, das wäre jetzt Lord Shalinet. Entschuldigung. War eine Verwechslung. Aber eigentlich hat doch Lord Shalinet gesagt, dass er dann hier ist. Vielleicht kommt er noch. Dann reden wir so lange mit den Kollegen. Ähm, so. Du bist Sir Sean. Er blickt mit einem traurigen Gesichtsausdruck auf seine feinen Kleider und das Langschwert an seiner linken Hüfte hinab. Das ist nur ein Titel. Ich wurde vor einigen Jahren zum Ritter geschlagen, aber ich zog das Streben nach Wahrheit der Kriegskunst vor und lebe nun hier. Achso, er ist dann der Stallmeister, ne? Wahrheit? Wahrheit ist eins der drei Prinzipien, die sich den Schattenfürsten widersetzen. Genau wie Liebe und Mut ist Wahrheit eine ewig brennende Flamme, die die Finsternis im Zaum hält. So, aber wo ist jetzt Lord Shalinet? Er ist der Herr des Sözeums und ein großer Mann. Ja, das wissen wir. Mit dem wollen wir eigentlich reden. Ähm, was ist dein Beruf? Ein Lächeln erhält sein Gesicht. Seine Stimme zeugt von verlegenem Stolz, als er sagt, es ist mir eine Ehre, Hüter der ewigen Flamme der Wahrheit zu sein. Oh, ich dachte, du wärst der Stallbursche. Aber ist okay. Aber wie kriegen wir ihn jetzt dazu? Scheußliche Gespenster hatten wir sicher, ja. Lord Shalinet hatten wir. Aber wie kriegen wir ihn jetzt dazu? Oder sollen wir mit der Flamme reden? Falls das geht. Moment, nochmal raus hier. Oder haben wir jetzt zwölf Uhr mittags? Scheibengleister, wir haben gleich zwölf Uhr mittags. Ah, wir sind ziemlich genau zwölf Stunden zu früh. Scheibengleister. Ja, jetzt ist es auch ziemlich hell draußen. Okay, wir ziehen wieder den Hebel. Sind wir jetzt alle unten oder haben wir jetzt wieder ein Problem? Ich glaube, wir sind alle unten. Okay, dann gehen wir nach unten, denn dort konnten wir, glaube ich, in irgendeinem Bettchen nächtigen. Und wo sind wir denn jetzt? Da hinten irgendwo war doch, glaube ich, das Kranken... Ne, da unten war das... Moment. Ne, hier war das Krankenzimmer. Und da konnten wir, glaube ich, ein Bett benutzen. Da, das können wir benutzen. Schlafen wir nämlich acht Stunden. Da müssen wir noch vier Stunden Zeit haben, um nochmal nach oben zu laufen, das mit dem Hebel zu machen und dann hoffentlich den wahren Namen von diesem Schattenfürst erfahren. Dann können wir dem hoffentlich mal ins Hinterteil treten. Theoretisch. So, du warst wahrscheinlich... Genau, du bist Faye, die Heilerin. Du bist Maria. Mit euch haben wir gesprochen. Äh, du bist Yolo. So, jetzt hier wieder großer Wandertag. Wir gehen mal nach oben. So, da sitzt jetzt Lord Shalinith, aber wir wollen ja mit ihm oben an der Flamme reden. So, wer bist denn du? Du bist Lady Janelle. Ist okay. So, dann Hebelchen. So, jetzt sind wir zwar nicht alle oben, aber das sollte nicht so schlimm sein. Ähm, Uhr. So, Uhr sagt, äh, neun Uhr. Wir drehen mal ein bisschen die Zeit schneller. Oh, wir haben nochmal nur 39 Nahrung. So, jetzt haben wir elf nachts. So, jetzt machen wir wieder ein Normaltempo. Ah, es ist niemand dazu gekommen. Okay, machen wir nochmal die Uhr auf. So, um zwölf Uhr müsste dann eigentlich der Lord Shalinith hier auftauchen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe. Oder sollen wir mit der Flamme reden? Ne, das haben wir, die Option haben wir jetzt gerade nicht. Hm. So, jetzt haben wir zwölf Uhr nachts. Ah, jetzt können wir mit der Flamme der Wahrheit reden. Du siehst die ewige Flamme der Wahrheit. Ja, das ist schön. Hä, habe ich da was falsch verstanden? Der hat doch gesagt, wir sollen uns Punkt Mitternacht mit ihm treffen. Oder bin ich jetzt schief gewickelt? Wir haben hier Julia, den Avatar und Chaminor. Ah, da ist er. Ha. Halt, nicht weglaufen. Pünktlichkeit ist auch nütz hier, mein Lieber. So, du wolltest uns den wahren Namen des Schattenfürsten der Falschheit sagen. Die Flamme der Wahrheit schrumpft in ihrem Kohlbecken zusammen und wirft seltsame Schatten auf Lord Shaliniths Gesicht. Seine Lippen bewegen sich, aber die Stimme, die aus seinem Mund spricht, gehört nicht ihm. Die Wahrheit wurde mir zuteil, doch ich kann sie nicht sofort an euch weitergeben. Seine Augen wirbeln mit dem Glanz der Flamme. Ihr seid der Avatar, doch ihr müsst die Togenen der Ehrlichkeit in eurem Geist erfrischen. Die Flamme wird wieder hell und füllt die Kammer mit ihrem funkelnden Feuer. Pilgert zum Schrein der Ehrlichkeit und meditiert vor dem Altar. Erfüllt die Queste, die man euch stellt und kehrt dann zurück. Ihr werdet die Antwort bekommen, die ihr sucht. Also wir haben das Mantra der Ehrlichkeit und das Wort der Macht der Ehrlichkeit. Mann, das hättest du uns auch früher sagen können. Okay, so, Schrein der Ehrlichkeit. Ja, da fängt das Problem an. Schrein der Ehrlichkeit ist hier. Und auf dieser Insel gibt es kein Mondsymbol. Das heißt, wir können da per Mondpforte nicht hin, weil dort keine Mondpforte steht. Tja, dann verschieben wir das mal nach hinten. Schade. Okay. Dann fahren wir bitte alle vollständig wieder nach unten. Und, 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 und? Wollten wir hier noch irgendwas tun? Ich glaub mal nicht. Okay, dann gehen wir jetzt wieder nach draußen. Denn ich würde gern in Moonglow nochmal beim Kräuterhändler nachfragen. Und ich glaub, ich wollte mit sonst jemandem reden, wegen Sachen, die wir jetzt erfahren haben. Also wegen der allrauen Wurzeln auf jeden Fall, ob wir dort irgendwas machen können. Beziehungsweise haben wir überhaupt allrauen Wurzeln selber? Also zwei Stück, zwei Stück hätten wir. Die hatten wir schon vom Start an, glaub ich. Wo ist eigentlich der Rest zum Schützenfest? Wir sind gerade nur vier Leute. Ihr Helden vom Erdbeerfeld. Wer ist die Dame? Die Dame ist Julia. So, Hebelchen. Runterfahren. So, dann... Äh, junger Mann, kommst du mit? Gut. Ach ja. Also, ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß schon nicht mehr. Also auf jeden Fall gehen wir nochmal nach Moonglow. Ah, und ich wollte noch schauen, ob wir jetzt, wo wir die Kochbücher haben von dem Herrn Vielfraß, ob wir dann irgendwie den, ähm, den Wild dazu bewegen können, uns auch hier Nahrung zur Verfügung zu stellen. Weil der Lord Stuart, so hieß der ja, der hat uns doch was gesagt, von wegen, dass er ja Bücher geschrieben hat, aber aktuell nicht weiß, wo sie sind. Vielleicht können wir ihn jetzt mit den Büchern überzeugen. Was ist das für eine Brücke? Geht die zur anderen Insel mit dem Schrein? Äh, würde das Sinn machen? Äh, wir schauen jetzt nach Süden. Ne, das macht eigentlich keinen Sinn, oder? Ja, es könnte vielleicht eine Brücke zu dem Leuchtturm da sein. Äh, weil, ja, wir sind südlich vom Lyzeum, wir schauen nach Süden. Vielleicht gibt's auch im Norden eine Brücke zu der anderen Insel. Obwohl, es ist ein gutes Stück weiter. Äh, okay, ähm, müssen wir im Hinterkopf behalten. Dann stiefeln wir jetzt mal da kurz rüber. Schauen wir mal, ob wir dort einen Leuchtturm finden. Was ist das für ein Gebilde? Das ist ein Baum. Okay, wir bleiben mal auf dem Weg. Ich hab keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ne, wir sind nicht wirklich auf einer Insel, oder? Kann auch sein, dass wir weiterhin auf dem Festland sind. Ah, wir laufen mal. So ein Sextant ist echt kein Luxus. Aber den hat man ja hier noch nicht erfunden. Nee, wir sind auf dem Festland. Ja, wir sind auf dem Festland. Okay, dann gehen wir bitte zu dem Haus da. Ah, das müsste dann das von der Holzfällerin und ihrem Mann sein. Also dem Papiermühlenbesitzer. Dann sind wir Richtung Moonglow unterwegs und waren doch nicht bei einem Leuchtturm. Schade. Ähm, Orientierung. Da hinten sind Stadtmauern. Dann war doch hier irgendwo eine Brücke. Genau, da war eine Brücke. Gehen wir mal da rüber. Irgendein Schattenfürst gerade zu Hause. Nee, die Luft ist rein und wir gehen die Pause. Bis gleich.